Ich bin Salab Psycho, ich bin wieder im Schlüssel mit dem zweiten Teil von Ebenen Basics Hashtag 2. Und hierum geht es, denn in der ersten Folge haben wir uns angeschaut, zum einen die Uhrzeit, wie man diese bestimmen kann und wie man darauf achtet. Dann haben wir uns angeschaut, um welcher Gegner es sich hier handelt, also welche sich hier in den Ebenen befinden, wie wir diese counten. Und als drittes haben wir uns angeschaut, wie wir uns hier in der Base richten und vor allem eine relativ sparsame Variante und eine relativ stabile Variante. Der nächste Punkt, den seht ihr hier vor mir. Das sind hier einmal das Dorf hier rechts und zum anderen hier diese Festung. In beiden sind Gegner drin, die nicht respawnen. Das ist schon mal das Wichtigste, was man eigentlich wissen muss. Jeder Gegner, den wir killen, werden wir hier nicht nochmal antreffen. Und wie geht man besser dagegen vor? Zum einen sucht ihr euch den höchstgelegensten Punkt. Wir könnten auch auf den Hügel hier hinten gehen, auch da müssen wir erstmal rumlaufen. Hier hätten wir hingehen können. Wir haben uns jetzt den hier rausgesucht, hier haben wir eine schöne Sniper-Pose. Dann natürlich erstmal killen. Hier könnten Moskitos sein. Gemütlich mit dem Schild blocken. Schwert killen. Und dann müsst ihr hier aus sicheren Entfernung immer wieder mal einen Goblin pullen. Es könnte sein, dass zwei kommen, aber in der Regel kommt nur einer. Und die könnt ihr dann hier ganz gemütlich mit dem Fallen killen. Sidesteppen, für den Fall, dass ein Spellwerfer ist. Und der erste ist down. Also nehmt ihr ungefähr so 80 bis 100 Pfeile mit. Ihr werdet sie nicht brauchen, aber lieber habt ihr mehr dabei, als letzten Endes dann zu wenig. Und gerade wenn dann die Goblins angreifen und euch überrennen, wollt ihr natürlich nicht zu wenig Pfeile dabei haben. So, der nächste wird angehettet. Und den haben wir gemisst, Leute. Und darum geht's eigentlich, wenn hier einer so panisch rumläuft. Wartet einfach. Denn es könnte sonst sein, dass ihr vielleicht einen anderen trefft, dass ihr mehrere pullt. Einfach chillen, bis er sich beruhigt hat. Ihr könntet auch beispielsweise jetzt auf den hier hinten schießen. Aber alles in allem, wir haben Zeit. Sollte die Nacht einbrechen, können wir ganz gemütlich einfach in die Base gehen, können pennen gehen und können das Ganze hier nochmal versuchen. Ich hab jetzt auch, ihr seht das schon hier oben. Hier, ich hab jetzt mein Schwert mitgenommen. Denn das Schwert hat nicht so einen starken Rückstoß. Was bedeutet, der Frostner, der wirft sich mal ein bisschen hinter. Somit könnt ihr nur einen Hit landen. Müsstet dann theoretisch hinlaufen. In der Zeit können die Gegner euch angreifen. Mit dem Schwert hingegen könnt ihr gemütlich zwei Hits drauf landen. Und dann ist das Ganze relativ entspannt. Wie gesagt, einen Fall abschießen. Am besten killt ihr natürlich, bis er bei euch ist. Das ist das geringste Risiko. Sollte ihr bis zu euch rankommen, dann müsst ihr ein bisschen tänzen. Aber das hab ich euch im letzten Video gezeigt. Ich hab's vorsichtshalber mal oben verlinkt in der Infobox. Da könnt ihr auf jeden Fall nachschauen. Jetzt haben wir den Fehler gemacht, wir haben auf den hinteren oder auf den falschen geschossen. Naja, wobei, wir haben Glück. Der hintere kommt nicht. Oh Gott, das war viel Damage. Das war ein Crit. Okay, jetzt müssen wir im richtigen Moment parieren. Ich werde jetzt das Ganze so machen. Ist einfach die sichere Variante. Einfach einen Sidestep machen. Denn wenn ihr pariert, ihr seht das schon. Wenn ihr nicht genug Ausdauer habt, verliert ihr zu viele Leben. Sollte ihr einen Crit landen, verliert ihr auch Leben. Deswegen einfach Sidestepen. Genug Essen dabei haben. Ich hab mich jetzt hier für Locksflash entschieden. Das ist eigentlich die Hauptkomponente. Denn man kriegt hier relativ viel Leben. Wir haben theoretisch eine gute Rüstung. Wir brauchen nicht so viel Leben. Aber ja. Besser haben wir ein bisschen mehr Leben. Als dass wir dann verrecken. Okay. Wir haben jetzt das meiste geclared. Aber ihr seht schon hier. Wir sind kein Goblin mehr. Dann wird sie doch ein paar Schritte rangehen. Hier vorne ist jetzt ein Speerwerfer. Rechts an der Hütte könnte auch noch einer sein. Da haben wir erst eingeclared. Hier links sind Gegner. Also ihr merkt schon. Ihr müsst hier wirklich Schritt für Schritt vorgehen. Es bringt euch gar nichts. Wenn ihr hier einfach versucht durchzulaschen. Und am Ende werdet ihr hier richtig Maß genommen. Hier wirklich Schritt für Schritt an das Ganze rangehen. Und dann ist es eben auch machbar. Die Sonne geht gleich runter. Ich werde mich jetzt zurück zum Base begeben. Aber alles an allem könnt ihr so gemütlich diese Goblin festen einnehmen. Diese Goblin Dörfer. Ich zeige euch im nächsten Video. In Hashtag 3 zeige ich euch die ganzen Ressourcen die ihr bekommt. Wofür ihr die verwendet. Für den Fall dass man. Ja ich sag mal so. Auf spezielle Wege noch verarbeiten kann. Oder verwenden kann. Werde ich euch entweder ein Video verlinken. Oder euch noch ein separates Video dazu schneiden. Ich begebe mich jetzt nach Hause. Ihr wisst ja aus dem ersten Teil. Sobald die Sonne ungefähr hier steht. Solltet ihr euch zurück in die Base begeben. Und ich habe einen langen Fußmarsch. Deswegen ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich konnte ich euch weiterhelfen. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin. Einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.